Dass ich Kommunist gewesen bin, habe ich nie geleugnet. Ich werde es mein Leben lang büßen, dank derer, die patentierte Christen sind. Das ist nationalistisch. Schau, bin ich sicher, aber so aufzuhetzen. Aufzuhetzen kann man sich, ich hinwalt, mir dafür nichts. Er sagt, sowohl Herrn Strauß als all seinen Mitstreußen. Und das können wir ja wohl in diesem Staat darüber streiten. Sonst wären wir alle zusammen, Sie und wir, verurteilt unterzugehen. Da haben wir unterschiedliche gegensätzliche Stilauffassungen. Das ist eine Gegenposition, die wir gegen Sie haben, so wie Sie eine gegen uns haben. Wenn Sie das Theater so weiterführen, richten Sie sich doch nur selbst. Dann behaupten Sie, es sei gar keine Demokratie. Das müssen Sie vor einer höheren Macht fand.